So, ich stehe gerade auf einer der unteren CETA-Klippen. Ich glaube, Tata-Manus oder so ähnlich heißt das Ding. Und da oben ist die mittlere CETA-Klippe. Da wollte ich eigentlich hoch, aber war zu gefährlich. Uh, ist das ein Sturm. Und da ist der Brocken. Ja, die oberste der unteren CETA-Klippen, ich glaube, Tata-Anstoß oder so ähnlich heißt. Die habe ich mal auf einer Karte gesehen. Das ist ein Sturm. Das ist ein Sturm. Das ist ein Sturm. Das ist ein Sturm.